Teil 24 Viren Sonntag 19 Uhr Britta müllte Raymond während der Computer hochfuhr, professionell mit Informationen über Viren, Trojaner, Spam- und Passwortknackprogrammen zu. Das meiste wusste er schon. Naja, er hatte zumindest davon gehört. Britta brachte ihn nur auf den neuesten Stand. Kaum war die Kiste einsatzbereit, durchstöberte Britta spaßeshalber, das waren ihre Worte, die tieferen Strukturen und entdeckte Unregelmäßigkeiten. Was haben wir denn da? rief sie beglückt. Hol Chrissy und Carlo, jetzt wird's interessant. Raymond schlappte ins Wohnzimmer. Carlo und Chrissy redeten Deutsch, total schnell. Er verstand kein Wort. Dabei hatte Chrissy ihm schon einiges beigebracht. Britta hat was Aufregendes entdeckt, unterbrach er sie lahm. Carlo eilte sofort rüber. Die Informatiker setzten sich nebeneinander vor die Kiste. Ihre Augen klebten geradezu an der speckigen Mattscheibe und scannten die Daten. Voila, eine versteckte Echse. Britta strahlte. Carlo schaute, schnalzte mit der Zunge und maltretierte mit atemberaubender Geschwindigkeit die Tastatur. Raymond, hast du in letzter Zeit einen E-Mail-Anhang unbekannter Herkunft aufgemacht? Oder Medien gedownloadet, die nicht ganz astrein waren? Äh, lass mich mal überlegen, schund Raymond Zeit. Hoffentlich wollte Carlo nichts genaueres wissen. Steve hatte ihm letzte Woche eine E-Mail mit Anhang geschickt. Ein sexy Bild von Melanie. Mehr Text bot die Nachricht nicht. Steve und er kannten nur eine Melanie. Raymonds Neugier siegte, aber seine Melanie war es leider nicht. Die Frau auf dem JPEG war steinalt. Um die dreißig. Ihm unbekannt. Gar nicht sexy. Und hatte seinen Computer mit etwas Anormalem infiziert. Er würde Steve, sobald er ihn unter vier Augen erwischte, den Kragen umdrehen. Ja, doch, da war was. War echt blöd, murmelte Raymond zögernd. Sogar ziemlich blöd. Dein Rechner hat einen ausgewachsenen Trojaner im Stall. Das Tierchen hat dir eine raffinierte Spyware installiert. Hast du seither Passwörter, Bankdaten oder ähnliches eingegeben oder verschickt? Verdammt! Nein, warte. Seit dieser bescheuerten Melanie-Mail war ich gar nicht mehr an der Kiste. Wie kriege ich sie wieder clean? Schon erledigt. Wow, das nenne ich Service. Charles kam herein. Carlo, kommst du und Britta mit in den Pub? Wir wollten doch eine Runde Dart spielen. Noch ein paar Minuten. Wir müssen den beiden hier noch ein paar Vorsichtsmaßnahmen einbläuen. Der Joker Sonntag, 22 Uhr Raymond fluchte wortlos. Das war zu schrill. Red steckte in einem Safe-In-Vox-Hall. War völlig abgedriftet. Und sie gingen hier in seinem Zimmer ein Befreiungsszenario nach dem anderen durch. So ein Shit. Als ob das Gelingen oder Scheitern der Aktion eine Frage der korrekten Strategie wäre. Versteckte Überwachungskameras, biometrische Checks, Spione. Überall lauerten Gefahren. Das konnte doch gar nicht gut gehen. Und falls unser Plan morgen Abend daneben geht, haben wir noch einen Joker. Madison kommt, sagte Chrissy. Einen Joker? Wer bitte ist Madison? Fragte Blue. Meine Freundin, wir brauchen jemanden mit Hirn, der nicht arbeitet und rund um die Uhr verfügbar ist. Und was noch besser ist, ihr Dad ist ein hohes Tier im Physik-Department von Oxford. Klingelt's bei euch? Oxford. Da will Dr. Rumi Redd hinbringen. Madisons Paar kennt alle Institutionen im Umkreis von zig Meilen. Die Top-Connection zur britischen Wissenschaftsszene. Für alle Fälle. Außer euch zwei wollten wir niemanden einweihen, murrte Green müde. Madison ist in Ordnung, ihr müsst mir schon vertrauen. Chrissy schaute ihn an und erschrak. Seine Aura war verschwunden und das Grün verblasste. Der Tag in Voxhall war hart. Verzieht euch mal, bevor ihr zusammenbrecht. Sonst klappt morgen gar nichts. Besiegte Paranoia Montag, 5 Uhr Carlo wachte gegen 5 Uhr auf. Bilder des gestrigen Tages schoben sich penetrant in sein dahindämmerndes Bewusstsein. Es gelang ihm nicht, sie zu verdrängen. Schließlich gab er auf und ging ins Bad. Er wusch sich das Gesicht mit kaltem Wasser und musterte sich mürrisch im Spiegel. Auf was hatte er sich da eingelassen? Gestern wollte Britta auch noch die Nacht bei ihm im Hotelzimmer verbringen. Das ging zu weit. Er hatte abgelehnt. Schon während des Teekränzchens bei Schiels fühlte er sich ziemlich unwohl in seiner Rolle. Dann wusch ihm Chrissy auch noch den Kopf. Was mit Ullis sei und was der Unsinn solle, er und Britta. Seine lahme Ausrede hatte sich richtig schäbig angehört. Aber die Wahrheit konnte er ihr nicht sagen. Beim Dartspielen im Pub drehte Britta zu seinem Entsetzen auf und flirtete hemmungslos mit ihm. Er ging zurück ins Zimmer, trat ans Fenster und blickte hinaus. Im fahlen Licht des Morgens rannte ein einsamer Läufer die Temse entlang. Der Flirt, der kein Flirt war, weckte unliebsame Erinnerungen an seine Teenie-Zeit. Damals hatte er mit aller Kraft versucht, sich in Mädchen zu verlieben. Es hatte nicht geklappt, und trotzdem war er eine Beziehung mit Marie eingegangen. Marie war angesagt. Jeder seiner Freunde beneidete ihn. Aber er fühlte sich in der Falle. Erst mit 20 ertrug er das Verbiegen nicht mehr. Neue Freunde, das Studium, viele Reisen. Seit drei Jahren lebte er mit Uli zusammen. Und es war gut so. Vor einem halben Jahr kam die Beförderung in der Firma. Die internationalen Projekte beanspruchten viel Energie. Karrieremäßig lief es super. Aber er sah seinen Freund seltener. Dieser Auftrag in London zog sich auf unbestimmte Zeit hin, und er vermisste ihn. Es war an der Zeit mit dem obligatorischen »Ich muss meine Privatsphäre schützen« aufzuhören. Carlo hatte keinen Bock mehr, irgendwem etwas vorzumachen. Britta würde das schon verstehen. Die Beschattung durch den britischen Geheimdienst hatte sie beide etwas paranoid werden lassen. Was sein Vater, der Psychiater, zu der Eskapade sagen würde, der Gedanke zauberte ein schiefes Grinsen auf sein Gesicht. Erleichtert zog er seinen Jogginganzug an und schlüpfte in seine Treter. Als er vom Joggen zurückkam, rief er in Bern an und bat Uli, nächstes Wochenende nach London zu kommen. Ins Hilton. Ganz offiziell. Er sagte zu. Als Carlo auflegte, durchströmte ihn Zuversicht. »The times they are a changing«. Kein Schmierentheater, keine Verstellungen. Er brauchte sein Leben weder vor seinen Kollegen noch vor Geheimdienstland verbergen. Das war Teil 24 von Scromax London. Die Suche. Alle Hörbuchteile zum freien Download auf scromax.de – Vielen Dank.